Ich bin total dagegen, dass man das Prostitutionsgesetz verschärft oder womöglich noch Prostitution oder den Freier unter Strafe stellt, weil das wird genau das bringen, was wir früher schon hatten und durch das Prostitutionsgesetz eigentlich abschaffen wollten, dass nämlich die Frauen in der Illegalität arbeiten müssen und dadurch wieder ins kriminelle Milieu gedrängt werden.